Auch bei trübem Wetter wirkt sie anziehend auf Besucher. Die Schulschiff Deutschland. Und ihre Anziehungskraft ist hier in Bremerhaven offenbar deutlich größer als am alten Standort in Fegesack, freut sich der Vereinsvorsitzende. Die Besucherzahlen hätten sich vervielfacht. Wenn Sie alle zusammenrechnen, dann etwa 40.000. Und darunter sind Besucher, darunter sind Leute, die ihre Ehe hier begonnen haben. Dann Veranstaltungen und auch sehr viele Übernachtungsgäste. Das hat sich auch sehr positiv entwickelt. Im August 2021 war die Schulschiff Deutschland von Fegesack hier nach Bremerhaven umgezogen. Das habe sich ausgezahlt, sagt der Vereinsvorsitzende. Selbst von Leuten aus Bremen, die nicht einverstanden waren, dass wir von Fegesack weggegangen sind, haben gesagt, nachdem Sie die Schulschiff Deutschland hier in Bremerhaven in diesem Umfeld gesehen haben, es war die richtige Entscheidung. Auch die Buchungen für das kommende Jahr sollen schon vielversprechend sein.